So, Hallihallo. Ich habe eben gerade versucht, was zu überfliegen. Es gab tatsächlich natürlich, ihr weiß, die Skylands eine riesen Community hat, einen Arsch voll Geiz dazu, wie man am schlauesten seine Straße aufbaut. Aber die meisten davon gehen halt von Anfang an wirklich. Deswegen ist es halt mittlerweile eigentlich zu spät, weil wir schon mittendrin sind. Und was ich gefunden habe, war, was für eine Hierarchie diese Straßen haben natürlich, von Autobahn zu großer Straße, hier vierspurig und sechsspurig, zu den kleinen Straßen und wie man das Netz am schlauesten aufbaut. Und das Einzige, was ich auch schon wusste, war, dass man halt Kreuzungen reduzieren soll. Und Brücken und Tunnel wären gut und dass auch Fußgängerwege tatsächlich helfen würden. Aber das hilft mir jetzt tatsächlich eher wenig, weil ich ja schon mittendrin bin. Also jetzt ist auch egal, sozusagen. Das Einzige, was ich jetzt noch, was mir als Idee kommen würde, wäre tatsächlich, dass ich irgendwie noch so eine Intersection-Autobahn hier irgendwie drüber baue. Von meinen Kreiseln hier. Dass ich sozusagen auf die Kreisel scheiße und hier einfach dann Abfahrten mache. Das wäre eine Idee, aber da weiß ich jetzt leider gerade nicht so genau, wie ich das anstellen soll. Denn dafür müsste ich ja eigentlich fast das komplette Layout der Stadt ändern. Und da bin ich halt, da bin ich stur. Da bin ich jetzt zu weit. Das wäre ja ein Riesenprojekt. Da müsste ich erstmal gucken, wie ich das anstelle. Da müsste ich auch eine Autobahnkreuzung und sowas bauen. Autobahn-Dreieck und solche Sachen. Ich könnte nochmal gucken, ob ich in den Mods irgendwelche geilen Kreuzungen finde. Das könnte ich nochmal gucken. Aber jetzt gerade finde ich das halt nicht sonderlich hilfreich. Guck mal, die sind hier immer noch alle am Sterben. Aber immer noch zu wenig oder was? Jetzt seid ihr einfach nur zu doof. Da, guck mal, da fahren sie nämlich alle schon. Die holen die Toten schon ab. Ah, wenigstens wollen jetzt wieder Leute hierher ziehen. Dann werde ich aber mal was gucken. Moment. Autobahn. Hier Autobahn-Dreieck. Kreuzung. Entschuldigung. Was warst du? Du bist eine Abfahrt. Three-Way-Intersection. Nee, das ist alles doof. Ich versuche gerade diesen einen Guide. Der war halt echt schlau. Aber der war auch sehr analytisch. Also, eine Stadt brauchst du ja normalerweise nicht so auf. So, dass du von vornherein weißt, wie du das Ganze machen sollst. Das macht ja keinen Arsch. Deswegen finde ich das eigentlich ein bisschen unnatürlich gerade für meine Spielweise. Nee. Das gefällt mir eigentlich nicht so. Also, es ist mit den Autobahnen später vielleicht. Aber jetzt gerade irgendwie finde ich das doof. Da ist die Autobahn. Das wäre halt die einzige Idee, dass ich echt noch eine Autobahn hier lang baue. Da mit so einem hier. Und dann baue ich da eine Autobahn hoch. Moment. Wir probieren's. In der Hoffnung, dass das da überhaupt hinbauen kann. Slope too steep. Gebt ihr gleich Slope too steep. So rum. Wie mach ich das jetzt am schlauesten? Bin gerade echt hart am Grübeln. Hier, guck mal. So geht das. Da wird's zu... Ach, da ist nur der Platz besetzt. Ja, okay. Dem können wir Abhilfe schaffen. So. Es geht. Hey, wow. Sogar ins Wasser? Gar kein Problem, sagt er. Okay. Das baut er sogar direkt da ran. Aber trotzdem, wir machen nochmal ein bisschen mehr Platz. Da und da. Das Ding ist ja schon ein bisschen gewaltiger. So. Einmal ein Mega-Autobahn-Deluxe, bitte. Welche müssen die denn überhaupt? Die müssen da lang. Und die müssen da lang. Ja, ich baue absichtlich schon mit Schallschutz. Da lang. Da lang. So. Und den ganzen Klageradatsch hier. Weg. Macht Platz für die Riesen-Autobahn. Bam. Fragt sich nur, in welche Richtung die wollen. Nein, war nicht richtig rum. Fuck. Egal. Moment. So. Kann ich das da direkt anschließen? Hier. Moment. Das da kommt weg. Ich bin dieses Mal so wagemutig irgendwie. Ich haue hier die Buletten rein. Aber das bleibt eine sechsspurige Einbahnstraße. Da bin ich hartnäckig. So. Und die einmal so rum. Zack. Und jetzt können wir hier oben weiter bauen. Zack und zack. Das da kommt auch nochmal weg. Hier ist ja zum Glück im Moment noch keiner. Deswegen stört das dann niemanden. Zack. Und einmal in Gegenrichtung. Zack. Und dann können wir hier rüber bauen. Jo. Und dann muss ich mal eben gucken. Wie ich das jetzt am schlauesten anschließe. Eigentlich wäre es echt am geilsten. Ich würde aus dem hier dann noch eine Autobahn machen. Dann ist es noch so eine Querbahn sozusagen. Weil hier ist eh Lärm. Hier ist egal. Das stört die nicht. Das hat die nicht zu stören. Wir verändern unsere großen Hauptstraßen einfach nochmal in Autobahnen. Eigentlich hätte ich das auch echt von Anfang an machen können. Aber so schlau war ich in dem Moment nicht. Ich kann hier auch eigentlich einfach eine Abfahrt... Ne, die sind mir zu groß. Das ist mir zu gewaltig. Autobahnabfahrt. Oder halt einfach noch eine Autobahn. Warum auch nicht. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Weg. So. Ja, ja, Leute. Noch freut ihr euch. Aber jetzt kommt der Oberhammer. Zack. Ja, ja. Seid nur stinkig auf mich. Indem ich versuche, den Stau zu lösen. Den ihr produziert. Weil ihr zu faul seid, meine wunderschöne Bahn zu nehmen. So, das ist eine Einbahnstraße, oder? Moment. Ich hoffe es jedenfalls. Cannot upgrade. Okay, das scheint schon eine Einbahnstraße zu sein. Ja. Gut. Hier, nee, nicht upgraden. So. Ah, ich glaube, jetzt habe ich den Dreh langsam raus. Hier können wir eigentlich einmal so durchbauen. Ach nee, wir sind noch im Kreismodus. Oh, das ist aber hier gerade gar nicht mal so einfach, ne? Da will man einfach nur entspannt spielen. Und das Ganze entwickelt sich langsam zur Relativitätstheorie hier. Raketenwissenschaft. So. Einbahnstraße. Äh, Kreisstraße. Entschuldigung. Zack. Und wenn die zur anderen Seite wollen, müssen die halt einmal umdrehen. Wie auch immer. Das da hinten reißen wir jetzt auch hier ab. Und da bauen wir dann tatsächlich einmal durch. Knallhart sind wir jetzt. Chinesisches. Vorgabe von der chinesischen Regierung hier. Für das kommunistische Volk. Zieht an einem Strang, Genossen. Wir versuchen das Verkehrsproblem zu lösen. Dafür braucht die chinesische Regierung ihre Unterstützung. Oder so. Das könnte tatsächlich funktionieren. Das wird jetzt das komplette Stadtbild verändern. Aber wenn es dann wirklich funktioniert, dann ist es das wert. So. Hier sind wir jetzt auch knallhart. Keine Gnade. Verschieben können wir den ganzen Scheiß immer noch. So. Weg. Weg. Am Ende vergesse ich bestimmt die Hälfte wieder richtig anzubauen. So. Den da müssen wir verschieben. Gutsch. Hier so. Ach, das kann nicht verschoben werden, weil da Leute drauf sind. Nein. Oh Gott, nein. Wie mache ich das denn? Muss ich da eine Brücke bauen? Vielleicht schaffe ich das so. Wir probieren es aus. Da kann ich nicht durch. Ich kann aber so dran vorbei. So. Ach, da ist die U-Bahn. Aber die kann ich ja verschieben. Wo ist sie denn? Busdepot. Das ist im Weg. Die muss ich wahrscheinlich alle noch umbauen nachher. Das kann ich ja nicht an die Straße bauen. Da muss ich ja schließlich... Wo ist denn hier die Straße überhaupt? Ich sehe hier gar nichts. Space already occupied. Was ist denn hier alles im Weg? Da. Die Straße ist im Weg. Zack. So, und du auch. Das ist auch zu fett für irgendwas. Kann ich das so rumdrehen? Space already... Oh! So, für kurzzeitig bauen wir das jetzt dahin. Ist ja nicht für lang. Und da ist jetzt wahrscheinlich die abgebrochene Buslinie. Ja, okay. Darum kümmern wir uns später. Es gibt erstmal wichtigere Dinge. Bam! So. Hm. Da wird es jetzt schon ein bisschen schwieriger, weil ich da alles so zugeballert habe in der Stadtmitte. Das wird langsam echt schon nicht mehr so easy gerade. Ich verbaue mir hier alles. Hm. Hm. Da nehme ich den Kreisel weg. Der kommt weg. Der nimmt eh nur Platz weg. Weg, 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 weg. Und hier auch. Und da würde ich am liebsten auch eine Autobahnkreuzung draus machen. Ja. Da bauen wir auch eine Autobahnkreuzung hin. Hoffentlich passt die da hin. Weg, 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 weg. Alles weg. So. Autobahn. Boah, das Ding ist so fett. Das ist echt riesig. Guck mal, das passt immer noch nicht. So. Jetzt aber. Space already occupied. Warum? Was ist da? Die Straße oder was? Habe ich die nicht eben abgerissen? Da. Die Straße sind weg. Ich hoffe, jetzt klappt's. Da. Da hat's gerade geklappt. Ich hab's auch gesehen. Da ist sie. So. Bam. Das sieht lustig aus, weil die Autos da immer noch stehen. Und jetzt in der Luft schweben. Schweben. So. Ein bisschen mit Kurve vielleicht. Das wäre ein bisschen schöner, glaube ich. Space already occupied. Was ist da jetzt im Weg? da hier irgendein irgendein Park wahrscheinlich wieder. Relocate. Da unten hin. Relocate. Da oben hin. Was kann hier noch im Weg sein? Ich guck mal. Okay. Occupied. Was ist da? Ich glaube, der ist noch im Weg. Da ist Straße im Weg. Okay. Straße weg. 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 Hier auch. Weg. Das muss lustig für die Bürger sein. Weil die sind ja gerade auf Pause. Die kriegen ja davon nix mit. Und dann wachen sie wieder auf sozusagen. Und auf einmal ist der ganze Verkehr anders. Die müssen echt denken. Was ist hier los? Warum ist mein Haus auf einmal weg? Und steht woanders? The Government, ne? Die haben sich gegen uns verschworen. Ich sag's doch immer. Ja, ja, Klaus. Red du mal. Du und deine Echsenmenschen. Ich hab's euch gesagt. Wundert ihr euch nicht? Seht ihr nicht die Zeichen? Ja, Klaus. Halt's Maul. Aber, aber, aber. Es war doch alles anders bis eben. Da. Und Klaus verzweifelte. Denn niemand glaubte ihm. Der arme Klaus. So, nicht schön, aber selten. Fährt der Autobahn einmal durch. Da hätte man eigentlich auch eine Autobahn-Dingens machen können, ne? Guck mal, es wäre eigentlich viel schlauer. Ich glaub, das mach ich gleich noch. Aber jetzt gerade, das ist ja zum Glück nicht so wichtig. Gerade ist hier das Gewuschel da in der Mitte viel wichtiger. Hier. Die baue ich einfach noch ein bisschen weiter, damit es ein bisschen kompletter aussieht. So. Denn damit können wir dann nachher noch was anfangen. Oh, guck mal, die ist in die falsche Richtung hier. Ach nee, die sind noch nicht zusammengebaut. Moment, das haben wir gleich. Was ist das denn? Wie sieht das denn aus? Moment. Und zack. So. Jetzt müssen wir weiterschauen. Hier brauchen wir eine Autobahnabfahrt. In welche Richtung ist denn das jetzt? Die falsche. Verdammt. Moment. Einmal andersrum, bitte. So. So. Äh, ticker, 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 ticker. So. Autobahnabfahrt. Ich weiß nicht, ob das so sonderlich schlau ist, was ich mache, aber es ist, glaube ich, schon schlauer als vorher. Wie lange sind wir denn schon? Wir sind schon wieder fast am Ende. Das ging wieder sehr schnell. Hier muss ich eigentlich diesen Kreisel, den muss ich, glaube ich, noch kippen. Ich glaube, das macht mehr Chaos, als es gut ist. Es war schon immer so, es ist besser, den Menschen weniger Optionen zu geben. Da habe ich die Autobahn falsch rumgebaut. Moment. Wenn er sich nämlich nicht zwischen so vielen Wegen entscheiden muss, dann ist es auch einfacher für ihn. In diese Richtung, oder? Nee. Moment. Äh. Doch in diese Richtung. Und jetzt kann ich hier noch eine Autobahnabfahrt bauen. In die andere Richtung. Die kommen von da, also müssen sie so rum. Und wenn sie wenden wollen, müssen sie halt auf den Kreisel wenden. Pech für sie. Ich sitze immer wieder gerade hin. So. Äh. Mein Bier stand hier in der Lüftung von meinem Rechner. Und jetzt ist es voll warm geworden. Oh, ii. Meine Kamera hat sich gerade ausgeschaltet. Heute will es irgendwie nicht so richtig, ne? Egal. Äh. Wie spät ist es denn? Wir sind schon wieder auf der 25-Minuten-Marke. Ja. Dann nehme ich das mal wieder als Anreiz, es jetzt kurz sein zu lassen. Ich mache jetzt aber noch weiter mit diesem Dickicht hier, denn ich muss das noch ordentlich machen. Und dann gucken, ob es irgendwas bringt. Ja. Also. Ich wechsle den Akku. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann.